Ich gehe mit dem Leica Ultravit 10x32 besonders gerne bei uns in die Beobachtungshütten. Denn auch wenn da die Limikolen und die Säbelschnebler schon sehr nah vor einem sitzen, kann man hiermit einfach die Kontraste viel besser erkennen, das schwarz-weiß im Gefieder der Säbelschnebler und den Klüken quasi beim Großwerden zuschauen. Und ich verwende das Leica Ultravit, um die zarten Blüten der seltenen Knabenkräuter bei uns in den Wiesen genau anzuschauen und sicher zu bestimmen.